Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, Sie hören die 33. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder zu einem ganz interessanten Thema, das Thema heute Demenz und Sinn. Mein heutiger Studiogast Susanne Eller, klinische und Gesundheitspsychologin und Gerontopsychologin. Ja Susanne, vielen Dank, dass du heute bei mir im Studio bist. Danke, dass ich da sein darf. Susanne, vielleicht machen wir am Anfang wieder, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen besseres Bild sich machen können von dir und sich dann besser aufs Thema einlassen können. Vielleicht machen wir wieder einen existenziellen Steckbrief. Susanne, was fällt dir generell ein zu geboren? Ich bin ein Maikind und ich bin mitten in der Nacht auf die Welt gekommen, also fünf Minuten nach Mitternacht. Mhm, fünf Minuten nach Mitternacht, wow. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wie war denn das, so fünf Minuten nach Mitternacht? Also, da glaube ich, weißt du, keine Erinnerung daran haben. Anscheinend war ich schnell da. Ah, okay. Hab's eilig gehabt. Susanne, was fällt dir denn ein zu aufgewachsen? In Innsbruck aufgewachsen, in der Stadt, aber in einer behüteten Familie mit einer älteren Schwester, die mir eigentlich schon vor der Schule beigebracht hat zu lesen und mit mir auch ganz gerne Schule gespielt hat, was ganz gut passt, weil sie jetzt Lehrerin geworden ist. Also, die hat ihre Berufung schon sehr früh erkannt. Das heißt, wenn du nachher nochmals ein bisschen zurückdenkst oder dich einfühlst in deine Kindheit, was verbindest du dann eigentlich so damit? Ist das so das Spielen mit deiner Schwester? Spielen mit meiner Schwester, Lernen mit meiner Schwester, Lernen mit meiner Mama. Also, wenn ich was nicht verstanden habe in der Schule, dann haben sie mir eigentlich immer probiert zu helfen. Aber ich verbinde auch viele Ausflüge in die Sommerferien mit meiner ganzen Familie, also Mama, Papa und Schwester, zu verschiedenen Seen, zu Sehenswürdigkeiten, ob jetzt in Österreich oder in Bayern oder in Frankreich sind wir gefahren. Und ich hatte das hier und haben uns eigentlich so Nizza und Kahn angeschaut. Aber auch oft einmal mit der Oma Ostern nach Avernau. Das war so das Highlight. Das hat sie früher mit meiner Schwester auch schon vorher gemacht. Und da habe ich mich dann schon gefreut, wie nachher alt genug war, dass ich dann eh mitfahren darf. Was war das als Besondere an Avernau? Zunächst einmal, dass es einfach die Heilquellen, das Wasser, das Normalwasser. Und zu Ostern in Italien, es ist Morzerfest. Es kann man sich bei uns, ich weiß nicht, ob man sich das bei uns so vorstellen kann. Also sie haben bei jedem Hotel, haben sie so einen eigenen Zoo gehabt mit Babyküchen und Hasen, Kleine und zum Streicheln für die Kleinen und sicher fünf oder sechs verschiedene Gänge und dann noch jeweils zehn Nachttische und Eisdote. Und das war halt als Kind so das lebendig gewordene Schlau-Raffenland. Und dann, so nach deiner Kindheit, wie ist es eigentlich bei dir dann weitergegangen? Also ich habe gleich nach der Matura eigentlich angefangen zu studieren und gleich Psychologie studiert. Zwar am Anfang noch mit Medizin parallel, bin aber dann relativ schnell innerhalb von den ersten zwei, drei Monaten zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich bei Psychologie wohler fühle und habe dann eigentlich meine freien Wahlfächer in Medizin dann weitergemacht. Was ist so das, was dir gefallen hat an der Psychologie? Es ist jetzt schwierig, an einem Punkt festzumachen. Also es war, es waren mehrere, ich glaube, das war auch schon in der Schule das Interesse dort, zwar auch an der Biologie, aber doch, doch verstärkt eher an der Psyche und warum die Menschen so reagieren, wie sie reagieren und was hinterm Verhalten steckt. Und ich war in der Schule schon immer eher die, die was so als Kummerkasten verwendet worden ist von den Mitschülerinnen und Mitschülern und der man sich anvertraut hat. Und ich glaube, dass das mich auch bis zu einem gewissen Grad in die Richtung dann beeinflusst hat. Weil man dachte, es wird schon einen Sinn haben, warum sie mir das anvertrauen. Dann war es so die logische Folge dann, psychologisch zu studieren. Ja, eigentlich, wenn man es so sagt, schon. Und abschließend bei den existenziellen Stegbriefen habe ich immer wieder so die Frage drinnen, was machst du denn jetzt gern? Ich fahre immer noch gern nach Abnern. Ich war nicht mehr zu Ostern, aber doch fast jedes Jahr. Ich reise nach wie vor gern, ich schaue mir gern verschiedene Sehenswürdigkeiten an und auf allem gern mehr über den Hintergrund von denen, worum sie entstanden sind. Ich fotografiere gern und ich ist nach wie vor sehr gern Eisdoter. Ja, ich würde sagen, bevor wir dann genau auf das Thema einsteigen, Demenz und Sinn, was die da hingeführt hat in diesem Bereich. Vielleicht spielen wir Musik, du hast ja einiges an Musik mitgebracht. Vielleicht sagen wir am Anfang auch noch kurz, was war das erste Lied, was wir gespielt haben? Wieso dieses erste Lied? Das war Summer of 69 von Brian Adams und das war das erste, weil ich denke, dass es gut zu mir passt. Es zieht sich auch quer durchs Leben durch, ob das jetzt immer wieder im Radio im Sommer gespielt worden ist oder am Matura-Ball gespielt worden ist oder jetzt auch Brian Adams Konzert war im November, Dezember, wo er das live gesungen hat. Also es zieht sich eigentlich quer durch meinen ganzen Lebenslauf durch. Und was würde jetzt an dieser Stelle gut passen? Ja, Großvater, obwohl es bei mir eher Großmutter war, aber das Lied habe ich nicht gefunden, eins mit Großmutterbezug. Okay, also Großvater, aber eigentlich mit dem Fokus auf die Großmutter. Genau, ja. Von wem ist das nochmal? Von SDS. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirat, heute zum Thema Demenz und Sinn. Susanne Eller, klinische Psychologin, Gerontopsychologin, hat sich gerade jetzt vor dem letzten Lied ein bisschen vorgestellt, dass sie sich nicht mehr so gut ist. eine Meinung bilden können oder ein Bild von ihr entwickeln können. Sie haben gehört, fünf Minuten nach Mitternacht geboren. Sie haben gehört gerne zu Ostern früher in Aberno, jetzt immer noch gern in Aberno, fotografiert gerne, reist gerne. Susanne, wir haben uns davor so unterhalten, was für Überschrift wir diesen Thema geben könnten. Und ich habe dich ja deswegen angesprochen für diese Radiosendung, weil du dich ganz viel mit alten Menschen beschäftigst und da eigentlich immer wieder so dieses Thema auch Demenz daherkommt. Ja, das Thema wird in den Medien sehr groß gehalten, auch im Moment. Oft auch ein bisschen viel mit Angst machen vor der Demenz und wenig aufzeigen, was man eigentlich machen kann oder wo man Hilfe und Unterstützung bekommt, als Angehöriger und auch als Betroffener. Okay. Und diese Hilfe und Unterstützung wäre dir wichtig? Ich finde das sehr wichtig, weil in der Angst allein gelassen werden ist für niemanden gut. Und wenn man sich informieren kann und wenn man weiß, wohin man sich wenden kann, dann gibt es ein Gefühl von Sicherheit. Wie bist denn du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich so diesen Raum anschaut, wie viele Fachpersonen beschäftigen sich mit dem Thema. Da haben wir gerade in der Psychologie, glaube ich, sind es nicht gerade sehr, sehr viele, oder? Da gibt es andere Bereiche, wo viel mehr Fachpersonen da sind. Ich habe gewusst, das ist der Bereich für mich, eher mit älteren Menschen zu arbeiten. Das war für mich relativ schnell klar. Und zum Thema Demenz bin ich durch eigentlich meine verschiedenen Praktika gekommen. Teilweise habe ich schon im Studium ein Praktikum gemacht in der Tagesbetreuung für demenzkranke Menschen. Und dann auch in der Ausbildung zum Klinischen war ich eigentlich hauptsächlich mit dem Thema befasst. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich irgendwie einen Zugang finden kann zu den Menschen. Zumindest in manchen Phasen einen Zugang finden kann. Und dass es mir nicht so viel Angst macht, wenn sie jetzt anders reagieren, als man es erwarten könnte jetzt von einem gesunden Menschen. Weil das ist eben auch das bei der Demenz, was halt ist. Sie sind jetzt halt komplett auf den Moment fokussiert. Und das ist auch etwas, was uns oft in unserer Zeit sehr viel fehlt, weil wir viel in der Vergangenheit leben, aber auch viel in der Zukunft. Wir klammern uns oft einmal an die Vergangenheit. Und wir wollen, dass die guten Sachen, die dazu waren, immer so bleiben. Und auch viel mit der Zukunft. Alles muss schneller gehen, weil wir haben immer weniger Zeit. Und das ist etwas, was bei der Demenz eben so ist. Man muss sich die Zeit einfach nehmen. Aber wenn es ein bisschen provokant klingt, aber könnte man da sogar sagen, dass so der, unter Anführungszeichen, oder die, der oder die Demenzkranke, dann uns sogar was voraus hat, in dieser Fokussierung auf die Gegenwart? Bis zu einem gewissen Grad bestimmt, ja. Weil es zählt einfach genau das, was jetzt im Moment ist, das ist jetzt wichtig. Und was vor fünf Minuten war, das wissen sie nicht. Und was in fünf Minuten sein wird, das wissen wir alle nicht. Und es geht da einfach darum, dass man in dem Moment, wo man gerade ist, schaut, dass man sich wohlfühlt und das Bestmögliche aus dem Moment rausholt. Und ich denke, dass wir das oft einmal fast verlernt haben, gerade jetzt im Alltag. Im Urlaub gelingt es uns vielleicht besser, aber im Alltag müssen wir uns oft einmal zwingen, dass wir uns jetzt auf den Moment fokussieren, den Moment gerade genießen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine Hörer oder die andere Hörerin, ja, einige werden dabei sein, die haben vielleicht in ihrem nahen Umfeld jemanden, der an Demenz erkrankt ist. Aber andere kann es, glaube ich, auch geben, die mit diesem Begriff wenig anfangen können oder vielleicht nur in Medien drüber gehört haben. Wann sprechen wir denn generell von Demenz? Das ist ein relativ großer Graubereich, da wo man sagt, wann ist jetzt das Vergessen und das Verwirrtsein, das normale, der normale Bestandteil des Alterns. Und von der Demenz als Krankheit sprechen wir dann, wenn es die medizinische Diagnose gibt. Und wenn es für einen persönlich belastend wird, dass man so viel vergisst. Dann sollte man es einmal zumindest anschauen lassen, ob das jetzt normal ist oder ob man da schon in einem Bereich ist, wo man sagt, ja, das geht jetzt über etwas Vergessen, was für das Alter als normal gilt, darüber hinaus. Ich meine, es ist immer eine Definitionssache, was jetzt für einen persönlich normal ist und was unsere Gesellschaft als normal definiert. Der alte König in seinem Exil beschreibt der Arno Geiger eigentlich relativ gut, was Demenz ist. Arno Geiger, der wäre Fachperson in dem Bereich? Nein, der Arno Geiger ist eigentlich ein Schriftsteller, aber er hat einen Erfahrungsbericht in dem Buch eigentlich geschrieben über seinen demenzkranken Vater und die Pflege von seinem Vater. Und er beschreibt eben da, wie er sich Demenz in einer mittleren Phase vorstellt. Und er sagt eben so, als wäre man aus dem Schlaf gerissen, man weiß nicht, wo man ist. Die Dinge kreisen um einen her. Länder, Jahre, Menschen. Man versucht sich zu orientieren, aber es gelingt nicht. Die Dinge kreisen weiter. Tote, Lebende, Erinnerungen, traumartige Halluzinationen, Satzfetzen, die einem nichts sagen. Und dieser Zustand ändert sich nicht mehr für den Rest des Tages. Das ist ja etwas, was ich versuche, dann immer begreiflich zu machen, was das bedeutet. Ich mache das dann ganz gern mit einer Übung, wo ich dann sage, stellen Sie sich vor, Sie wachen in einem Raum auf und Sie wissen nicht, wo Sie sind. Und dann das Gefühl, was dann hochkommt, mit dem Gefühl sollte man dann eigentlich jemandem begegnen, der Demenz hat. Man sollte dann versuchen zu verstehen, warum reagiert er jetzt mit Angst oder mit Aggression. Und ich denke mal, je nachdem, du hast so die Stadien erwähnt, kann ich mir vorstellen, dieser fremde Raum und alles fremd, oder? Auch die Leute, die reinkommen. Ja, das ist dann schon in einem weiteren Stadium. Am Anfang ist es eher so, dass man sich in unvertrauter Umgebung nicht orientieren kann. Okay. Und wenn man dann anfängt, sich in vertrauter Umgebung schwer zu orientieren, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Wenn man das eigene Zuhause nicht mehr als Zuhause erkennt, die Familie nicht mehr erkennt. Weil du so von Stadien sprichst, wie können wir uns das vorstellen? Grob wird es unterteilt in ein frühes Stadium, in ein mittleres und in ein spätes Stadium. Im frühen Stadium fängt es eher so an, dass man sich schwer tut mit Erinnern, was man gerade vor fünf Minuten getan hat. Also das Kurzzeitgedächtnis ist sehr beeinträchtigt in der Phase. Die Orientierungsschwierigkeiten nehmen zu, aber auch Wotfindungsstörungen. Das, was wir kennen, wenn wir zum Beispiel jetzt wie ich da hochkommen vom Radio und uns fällt ein bestimmtes Wort nicht ein, aber das passiert dann öfter, dauernd und auch in alltäglichen Situationen. Im mittleren Stadium ist es dann schon so, dass man sich dann zeitweise Zuhause nicht mehr zurechtfindet, die Familie nicht mehr erkennt, die Angehörigen nicht mehr erkennt. Es ist eigentlich die Phase, die etwas für die Angehörigen dann massiv belastend ist. Weil wenn jetzt meine Mama oder mein Papa mich nicht mehr erkennt, dann tut mir das ja weh. Und in einem Spätstadium, da geht es dann mehr in Richtung Pflegebedürftigkeit, dass man rund um die Uhr Betreuung braucht, bis hin eben bis zum Tod. Das ist dann der Schlusspunkt von allem eigentlich. Okay. Bevor wir dann näher drauf eingehen, vielleicht passt an dieser Stelle wieder ganz gute Musik. Was könnte man denn an dieser Stelle spielen? Ich würde sagen The Spacious Minds von Elvis Presley. Wieso denn das gerade? Ja, weil in der Demenz auch so ein Misstrauen gegen alles und jeden, weil ich mich ja nicht mehr auskenn, zunimmt. Und ich denke, das passt da ganz gut rein. Okay. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Ja, meine Damen und Herren, die heutige Sendung dreht sich um das Thema, ja, sagen wir mal so übergeordnet. Vergessen. Vergessen in einem klinischen Sinn, das heißt um den Bereich Demenz. Oder kann man sagen so vergessen? Kann man das so sagen oder ist das eigentlich falsch, Susanne? Vergessen ist ein großer Bestandteil eigentlich von der Demenz. Also man vergisst, wo man zu Hause ist, man vergisst Familienmitglieder, man findet sich einfach in der Zeit und zu Hause nicht mehr zurecht. In Vorbereitung auf der Sendung habe ich ein bisschen geschaut, was ich so unter diesem Aspekt Demenz im Zusammenhang mit der Existenzanalyse und Logotherapie finde. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, diese Sendung dreht sich mit dem Titel Der existierende Mensch eigentlich ganz stark Richtung Frankl, Richtung Alfred Lengle, Existenzanalyse, Logotherapie, die dritte große Wiener Richtung der Psychotherapie, wie es auch immer wieder mal genannt wird. Und in dem Menschenbild der Logotherapie hat eigentlich Viktor Frankl, Psychotherapeut und Arzt, eben drei Dimensionen beschrieben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend in diesem Zusammenhang. Er hat zum einen die körperliche Dimension beschrieben, das heißt unsere Körperlichkeit mit allem, was uns Richtung Körperlichkeit ausmacht, aber alle Beschwerden, was wir auch in diesem Bereich haben, so das Somatische, das zweite wäre die Psyche, die eigentlich sehr stark Sigmund Freud mit eingebracht hat, also was prägt uns auch psychisch, was macht uns in diesem Bereich aus, beziehungsweise was macht uns Schwierigkeiten, er hat da ganz viel Triebe und Überschstrukturen beschrieben in diesem Bereich. Und Viktor Frankl hat ganz entscheidend immer wieder auch noch was Drittes mit hereinbracht und das wäre eigentlich so die Dimension der Person. Und er hat dieses Personsein auch so beschrieben, dass da eigentlich ein Bereich ist, der nicht verletzbar ist, der immer da bleibt, der zwar überdeckt sein kann durch irgendwelche Krankheiten, durch irgendwelche Leiden, aber eigentlich stabil da ist. Und da wäre meine Frage so in der Arbeit mit Menschen mit der Diagnose Demenz. Wie ist denn das so für dich wahrnehmbar, diese Dreidimensionen? Würdest du dem beipflichten oder sagst du nein, ich nehme ganz was anderes wahr in dieser Augen? Nein, ich nehme die Dreidimensionen schon wahr. Und die Biografie ist auch ganz ein starker Bestandteil. Die Biografie ist auch das, was eigentlich am längsten bleibt. Also man erinnert sich vielleicht nicht, was man zum Mittagessen hat, aber man erinnert sich an den Namen und an die Haarfab von der Volksschullehrerin. Das sind so Sachen, die was bei der Betreuung von demenzkranken Menschen immer wieder faszinierend sind. Sie können Begebenheiten aus der Vergangenheit erzählen. Sie können Gedichte aus der Kindheit oder aus der Volksschule, die sie einmal auswendig lernen haben müssen, können sie einwandfrei wieder aufsagen. Aber was vor fünf Minuten war oder wie die Tochter oder die Enkeltochter, wer das auf dem Foto ist, das ist oft einmal schon schwieriger. Also das, was früh in der Biografie war, das bleibt sehr lange halten. Und alles, was emotional bezogen ist, das bleibt auch sehr lange halten. Und auch so Kinder, die da bleiben, in der Biografie sehr lange. Und wenn wir jetzt rein, es ist natürlich ganz, ganz schwierig, das zu definieren, was uns als Person ausmacht, oder? Was uns als Person auch gleich bleiben lässt über die Biografie hinweg. Wie würde ich denn das so wahrnehmen? So praktisch eine Person, die an Demenza krank, bleibt die diese Person? Das heißt, bleibt der Vater der Vater? Bleibt die Mutter die Mutter? Oder wird sie oder er dann komplett anders wahrgenommen von den Angehörigen? Das ist unterschiedlich. Okay. Das ist unterschiedlich. Also es gibt Formen der Demenz, wo sich Charakterzüge verschärfen, verändern. Okay. Es gibt auch eben Formen der Demenz, wo man sagt, so da fallen die Hemmungen. Und das ist dann für die Angehörigen meistens dann sehr schwer, damit umzugehen. Und das ist dann halt auch schwierig zu sagen, was ist da jetzt wirklich der Anteil der Krankheit daran? Oder was ist einfach nur der Anteil daran, dass sie das eigentlich gern ausgelebt hätten, aber gewusst haben, dass sie es nicht ausleben können? Aber das ist eine Frage, die kann man eigentlich nicht so schnell beantworten oder so einfach beantworten. Es ist auch die Frage, wie viel von seiner Persönlichkeit hat die Person gezeigt? Und wem hat sie das gezeigt? Und wer beurteilt das, ob das jetzt noch die ursprüngliche Persönlichkeit ist? Weil ich denke, wir nehmen die Menschen alle anders wahr. Selbst wenn man die Kinder fragt, jedes von den Kindern nimmt Mama und Papa komplett anders wahr, als wenn ich jetzt denke, meine Schwester und ich, wir haben auch unterschiedliche Wahrnehmungen von manchen Charakterzügen von unseren Eltern. Und ich denke, da ist es ganz schwierig, das auszumachen, was jetzt wirklich von der Person die Persönlichkeit ist. Oder was wir sehen oder was wir reininterpretieren. Jetzt habe ich da noch so einen Artikel gefunden von der Frau Christine Schneider, eine Existenzanalytikerin, die auch langjährig Alzheimergruppen geleitet hat, also Angehörigengruppen in diesem Bereich. Und die schreibt in diesem Artikel mit dem Titel Warum nicht in Ruhe verrückt werden dürfen, Untertitel Demenzkranke und ihre pflegenden Angehörige, dass es ganz zentral darum geht, das Leid anzunehmen und aus der Hoffnungslosigkeit heraus in eine sinnorientierte Existenz zu gelangen. Ist es so? Ja, es ist schon so. Also es ist, ich merke das an die Angehörigengruppen selber ganz viel einfach, dass es die Angehörigen oft einmal mehr belastet, als man zumindest vom Erkrankten selber wahrnehmen kann. Man kann schwierig oft einmal den Erkrankten selber fragen, wie belastet bist du jetzt? Es gibt Momente, da können sie sagen, gut sagen und es gibt Momente, da muss man sich dann halt aufs Gefühl verlassen, so der wirkt jetzt eigentlich ganz zufrieden, dann wird das auch hoffentlich sein. Aber es ist halt bei den Angehörigen ist es ganz schwierig, weil die Demenz einfach ein Abschied auf Raten ist. Es ist, man sieht halt, dass vieles, was den Vater oder die Mutter oder den Ehepartner ausgemacht hat, Stück für Stück verschwindet. und das ist einfach ein Abschied nehmen und ein Trauerprozess und sie sind ganz oft dann in der Vorstellung drinnen, sie müssen das jetzt aufhalten, sie müssen das verbessern, sie müssen das, so wie sie den Menschen kennen, wieder zurückholen und das erzeugt natürlich für sie selber einen massiven Druck und ein massives Leid, wenn sie feststellen, dass das in dem Ausmaß, wo sie sich das wünschen, einfach nicht möglich ist. Und aus dem Leid müssen sie raus zur Annahme, dass es eine Erkrankung ist und zu dem Punkt hin, dass sie einfach die Zeit, die sie mit den Menschen noch haben, genießen können beziehungsweise die Zeit genießen ist jetzt ein sehr schwieriger Ausdruck in dem Zusammenhang, weil einfach eine Pflegesituation oder eine Betreuungssituation etwas sehr sehr Anstrengendes ist, besonders wenn es um einen geliebten Menschen geht. Aber dass sie die Zeit, die sie haben, bestmöglich mit den Menschen nutzen und den Moment, wo es genießen möglich ist, dass sie den erkennen und dann auch nutzen. Also so die Augen offen haben auch für diese Momente. Ja. Das kann ich mir schon ganz, ganz schwierig vorstellen, wenn da so ganz viel, so wie du sagst, Pflegehandlungen gemacht werden müssen, ganz viel mit eigenen Bereichen konfrontiert ist, weil wenn man so Angehöriger ist, da ist man Sohn, dann ist man Partner, dann ist man Tochter, dann ist man, keine Ahnung, Neffe, Nichte, wie auch immer und auch in dieser Rolle drinnen, oder? Und das Gegenüber ist ja dann Oma, Opa, Onkel, Tante, wie auch immer. Ja, die Rollen sind nicht mehr da. Also es ist auch gerade, wenn man jetzt denkt, ein Kind pflegt die Eltern, dann ist das einfach der komplette Rollentausch, weil vorher war ich der, der was versorgt worden ist. Die Mama, der Papa, die haben sich um mich gekümmert. Ich war in der Rolle, dass ich versorgt worden bin und nicht, dass ich versorgen muss. Und es ist auch das, dass es auch für die Eltern dann auch Schwierigkeiten macht, dass sie das annehmen, wenn sie es bemerken oder wenn sie in der Phase sind, dass sie das noch mitbekommen. Und das ist dann, man ist dann halt auch mit der eigenen Scham konfrontiert und mit den eigenen Grenzen, aber auch gleichzeitig mit den Grenzen und dem Scham von der Person, die man betreut. Und da so die richtige Gratwanderung zu finden, aber auch zu sagen, ich kann mir ja bei der Pflege oder bei der Betreuung Unterstützung organisieren. Ich muss jetzt ja nicht zwangsläufig über unsere beide Grenzen gehen, sondern kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich komme damit zurecht, dass ich das Frühstück und das alles riecht, aber beim Bahren hätte ich gerne jemanden, der mich unterstützt, weil ich das schaffe nicht. Dann soll man sich die Hilfe auch organisieren. Das ist ja nur gut und richtig, wenn man es macht. Ist das schwierig? Das ist extrem schwierig, weil das ist dann, manchmal ist es eine Frage vom Finanziellen, aber manchmal ist es auch eine Frage von, wie viel Verantwortung gebe ich ab? Mag ich die Verantwortung abgeben? Kann ich die Verantwortung abgeben oder habe ich Schuldgefühle, wenn ich es tue? Und ich denke, wir stecken ja alle auch in gewissen sozialen Begebenheiten drinnen und so nach außen und auch in unserer inneren Vorstellung. Das heißt, oft sind wir mit dem konfrontiert, was denken dann die anderen, oder? Wenn ich mich jetzt da zum Beispiel nicht so sehr involviert in der Pflege, in dem Bereich. Klar, das ist auch immer die Frage, wie nehmen das die anderen wahr? Und die sagen ja nachher wieder, du willst dich nicht kümmern oder du kümmerst dich nicht richtig oder wieso brauchst du für jeden Handgriff jemanden, der dich unterstützt? Aber es ist einfach so, dass man auch seine eigenen Grenzen respektieren muss, weil sonst kann man gar nicht mehr helfen und gar nicht mehr unterstützen. Ich glaube, ganz, ganz was Wichtiges, was du da sagst, so die eigenen Grenzen zu respektieren. Weil man nutzt niemanden mehr was, wenn man selber total fertig ist. Dann kann man auch nicht mehr die notwendige Zuneigung vielleicht geben, weil Zuneigung ist auch etwas ganz Essentielles und das braucht jeder von uns. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich jetzt eben die Mama nicht oder den Papa oder den Partner nicht waschen kann, weil das aus Kraft oder aus Scham einfach nicht geht, aber ich bin jemand, der viel Zuneigung geben kann, der einfach einmal da hocken kann und mit den Menschen nur umarmen kann oder halten kann, dann ist das auch etwas ganz Wichtiges. Weil das ist immer das, wo nachher im Endeffekt auch oft mal keine Zeit mehr bleibt, weil so viel drumherum organisiert werden muss. Was würde denn an dieser Stelle gut für ein Lied passen? Help von die Beatles. Okay. Sie hören die Sendung Der existierende Mensch heute zum Thema Demenz und Sinn. Susanne Eller, klinische und Gesundheitspsychologin, Gerontopsychologin, heute bei mir im Studio. Sie können sich wie immer auch nachher erkundigen, gehen Sie einfach auf die Seite www.sinn-los.at Dort finden Sie Informationen zu dieser Sendung, zu den nächsten Sendungen und auch zu den vergangenen Sendungen. Sie können die Sendungen gerne nachhören auf iTunes, YouTube oder CBA-Datenbank. Ja, schauen Sie rein. Sie können sich auch gerne melden. Sie finden da den E-Mail-Link dazu, wenn Sie selber in die Sendung kommen wollen oder Anregungen zu einem interessanten Thema haben. Also bitte schauen Sie sich nicht, melden Sie sich. Vor dem letzten Lied mit, glaube ich, einem ganz guten Titel Help, haben wir auch über den Bereich gesprochen, so auf die eigenen Grenzen zu schauen. Gut zu schauen, dass das den Einzelnen gut geht, weil nur dann kann er auch ganz gut helfen. Und Susanne, du hast da so den Bereich auch angesprochen, man soll sich helfen lassen. Wenn jetzt der eine, die andere mit dem beschäftigt, ist ja bitte, wo kann ich mir denn gerade in diesem Bereich Hilfe holen? Was würdest du da sagen dazu? Ja, es kommt darauf an, was für Hilfe man jetzt haben möchte. Ich denke, wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist allein und man möchte sich aber gerne mit anderen austauschen, die das selber erlebt haben und die vielleicht auch Erfahrungswerte damit haben, wie sie mit gewissen Situationen umgehen, dann ist eine Selbsthilfegruppe ein guter Weg. Wenn ich jetzt fachliche Informationen haben will oder ein Drehpunkt, wo viele Informationen zusammenlaufen, welche verschiedenen Hilfsdienste es noch gibt, dann würde ich zur Caritas ins Demenz-Service-Zentrum gehen, weil dort einfach wirklich die Informationen zusammenlaufen. Die wichtigsten Dienste, die es gibt, die sind dort alle bekannt, ob das psychologische Unterstützungen sind oder Pflegedienste. Da ist eigentlich ein guter Punkt, wo man sich informieren kann und auch über die Krankheit informieren kann. Angehöringruppe, wie kommt man da hin? Angehöringruppe über den Dachverband der Selbsthilfegruppen kann man sich informieren oder beim Verein Memory direkt anfragen kann man auch. Also die haben eine Homepage und da gibt es auch Telefonnummer, wo man anrufen kann und sich einmal erkundigen kann, wie das abläuft. Und wie können wir uns jetzt eigentlich vorstellen, wo bist du eigentlich in diesem Bereich tätig? Ich bin in der Angehörigenberatung tätig und auch in der Betreuung tätig. Angehörigenberatung in dem Sinn, dass ich Einzelgespräche mache, aber auch einmal im Monat zur Selbsthilfegruppe Memory hingehe und dort die wissenschaftlichen Erkenntnisse eigentlich von der Seite berate und in der Betreuung bin ich in dem Sinn tätig, dass ich aufsuchend tätig bin, zu den Personen selber hingehe, die an Demenz leiden, aber auch in die Heime hingehe und schaue, was gibt es da, wie kann man die Lebensbedingungen für die Person verbessern, wo sind Ressourcen, die die Angehörigen, die die Pflege noch nutzen können und sollen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei all dem, was eine Demenzkrankheit verliert, hat er doch noch Ressourcen, die er gut nutzen kann und die man auch nutzen soll. Und ich kann mir vorstellen, die übersieht man dann leichter? Die übersieht man, ja, weil man eigentlich so fokussiert ist auf das alles, was verloren geht. Leider so in unserer Gesellschaft ganz stark ausgeprägt, oder? Dieses defizitäre Negativdenken, ich sage mal, gut, dass immer mehr so dieser Gesundheitssalatogenetische Aspekt da mit hereinkommt oder was erhaltet uns am Leben, was sind so die Ressourcen, was macht uns aus? Trotzdem, glaube ich, primär schauen wir da hin, was können wir nicht, oder was fehlt? Ja, es ist ja das, was mir im Blick geratet, weil was fällt uns auf? Das, was nicht mehr geht. Das hat ja früher immer keiner, aber jetzt geht es nicht mehr. Und es ist auch für die Angehörigen oft einmal schwierig, wenn man sich dann fragt, was geht schon noch? Und das ist nachher der Punkt, wo ich nachher komme und schaue, was geht jetzt schon noch? Und geht es dann so, so diesen Blick von dem, was geht nicht mehr, auf das, was geht schon noch, zu richten? Das ist ein Prozess, also es ist oft einmal damit Erleichterung verbunden, dass doch noch mehr geht und noch mehr da ist, als man erwartet hat. Aber es ist auch schwierig, das dann anzunehmen, weil dann kommt immer das, ja, aber das wird ja bald nicht mehr gehen. Klar, irgendwann einmal kann auch das, die Fähigkeit dann weg sein, aber wenn man es jetzt gleich abnimmt, dann wird das umso schneller verlernen oder dann wird man es umso schneller verlieren. Das ist alles, was wir nicht nutzen, verlernen wir schneller. Das ist so wie mit der Fremdsprache. Wenn wir, wenn wir sie nicht nutzen, dann ist relativ schnell einmal der Wortschatz weg. Ist es so dann auch in diesem Bereich, kann man vorbeugen, kann man üben, kann man was dagegen machen? Bis zu einem gewissen Grad kann man üben, vorbeugen, rauszögern, aber es ist halt, natürlich gibt es keine Garantie, dass es, wenn ich jetzt gesund und aktiv lebe und jeden Tag mal Kreuzworträtsel mache, dass ich dann keine Demenz kriegen werde. Es ist halt dann eine Ressource, die ich habe. Es ist etwas, auf das ich zurückgreifen kann und vielleicht etwas, was mir länger bleibt. Aber es ist keine Garantie. Aber natürlich, wenn man Sachen übt, dann bleiben sie ja länger. Das heißt, was würdest du dann, auch wenn du sagst, es ist keine Garantie, aber wenn wir sagen, man teilt es ein bisschen so auf, zum einen Menschen, die wir sagen, ich habe so Befürchtung oder ich leide an Stadium 1 zum Beispiel, was würdest du dem raten? Am besten alles tun, was man noch selber tun kann. Nicht verzweifeln, schauen, was einem gut tut und woran man noch Freude hat. Weil Freude ist was Wichtiges und Freude soll nie verloren gehen. Und schauen auch, wo man seine persönliche Lebensqualität erhält. Eigentlich was, was uns alle betrifft, oder? Das ist eigentlich jetzt nichts, wo wir sagen, das ist ganz speziell in dem Bereich. Nein, aber ich glaube, dass das in dem Bereich schwieriger ist. Ich glaube, dass man sich da härter tut, weil die Angst viel verdeckt. Aber ich finde es so schön, dass wir da nicht alle weghören können und sagen, okay, das geht uns dann nichts an, sondern eigentlich geht es jeden an. Es geht es. Also sich um sich selber zu kümmern, geht immer jedem was an. und ich glaube, es ist einfach leider so, dass man sich dessen, dass man sich um sich selber kümmern soll, mehr bewusst wird, wenn einem was fehlt. Und gibt es noch etwas, wo du sagst, ergänzend für Angehörige oder wäre die Botschaft die gleiche? Ergänzend für Angehörige ist für mich noch ganz wichtig zu sagen, holt euch Hilfe. Gesteht euch eure Grenzen ein, fahrt nicht über eure Grenzen drüber. Ihr habt keine Schuld. Es ist nichts Schlimmes, wenn man sich Hilfe und Unterstützung holt. Ganz im Gegenteil. Es ist gut, es ist wichtig, also bitte holt euch Hilfe, wenn es nicht mehr geht. Und informiert euch rechtzeitig. Wenn sich jetzt der eine, die andere ja mehr Informationen auch nochmal holen möchte, kann er sich auch da an dich wenden? Gerne, ja. Das heißt dann, meine Damen und Herren, dann gehen Sie einfach, wie gesagt, auf die Internetseite www.sinn-los.at. Da finden Sie dann den entsprechenden Link zur Sendung mit den Informationen auch zum heutigen Studiogast und ja, schau ihn sich nicht, nehmen Sie Kontakt auf. Ja, jetzt sind wir schon ganz am Ende der Sendung wieder mal angekommen. Also mich wundert es immer, wie schnell so eine Sendung vergeht. Susanne, gibt es was, was du so am Ende noch gerne sagen würdest oder ist im Prinzip eh alles Wichtige schon gesagt? Mir ist wichtig, eben, dass man sich Unterstützung holt. Das ist mir wichtig und dass das Leben mit einer Diagnose, welche auch immer noch nicht vorbei ist. Und das sollte man sich bewusst sein und man sollte die schönen Momente, für die sollte man die Augen offen haben, dass man sie auch nutzen kann. Ja, meine Damen und Herren, dann wünsche ich Ihnen auch, also da schließe ich mich gerne an, dass Sie die Augen offen halten, nicht geschlossen erhalten, weder nach innen noch außen, für die schönen Momente. Ich wünsche Ihnen auch noch einen sinnvollen Abend. Die nächste Sendung wird sein am 5.3. Das Thema ist noch nicht ganz bekannt, aber wenn Sie sich davor informieren wollen, gehen Sie, wie gesagt, entweder auf www.sinn.de oder auf die Freirath-Homepage www.freirat.at Dort finden Sie dann die entsprechende Information. Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, so sind wir jetzt am Ende der Sendung. Was für Lied könnte man denn da noch einspielen? Ich würde sagen, mit 66 Jahren von Udo Jürgens, weil wir Udo Jürgens da so schön singen, mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Also es geht noch weiter. Ja. exploren. Auch wenn Sie in zum nächsten Mal kommen. mistor Geist. mit deutschen Vielen Dank.